So Dalla, herzlich willkommen bei Raymans TV Jaa Heute gehts mal los mit dem Spiel The Getaway So, wieso kann ich jetzt nicht fahren? Jaa, jetzt komm Fahr Fahr Baby Fahr Wieso macht das nicht? Nein Weil wir wollen nämlich Hier ein bisschen Verfolgungsjagd spielen So, jetzt gehts schon mal los So, jetzt brauch ich mal ein paar Freiwillige hier So Mal kurz hupen So, weiter gehts Wir müssen erstmal die Aufmerksamkeit auf uns ziehen So Hoppala Weiter gehts, weiter gehts So, baut meine Personalien Ja, die kann er aufschreiben Aber er hat leider keinen Stift dabei Weiter gehts So langsam wirds lustig So langsam müsste man glaub ich schon hier Ach Das ist doch Polizei So Keine Angst, jetzt überlebt Kleiner Spächeanfall So Wo ist sie hingefahren? Oh, oh, oh Ja, jetzt gehts schon langsam los Hinter mir sind schon welche, die schießen fleißig Jetzt haben wir sie Jawoll Und auf gehts Verfolgungsjagd So Und wir fahren Und hauen ab Vor der Polizei Mal schauen, wie lang sie durchhalten Oh, nein Zu denen wollte ich jetzt nicht fahren So, Polizei ist hinter uns Natürlich auch die Mafia Komischerweise macht die Polizei der Mafia nix Und wir haben schon den ersten Platten Entschuldigung Ach, sehr schön durchgemogelt Weiter gehts Schauen, wie weit wir hier kommen Jawoll Abgedrängt Unser Auto qualmt aber fährt noch Und solange es fährt, geht man nicht so schnell auf So Jetzt lassen wir uns mal kurz aussteigen Und hauen wieder ab Sie schießen auf uns Ja, wir haben keine Möglichkeit zurück zu schießen So Weiter gehts Ach, das schaffen sie nicht Ey, das zählt nicht Das zählt nicht Die bescheißen hier ohne Ende Verfolgungsjagd durch London Ja Ja Ich bin gewieft Wann stehen sie? So Müssen wir kurz mal sich da durchzwingen Wir haben glaube ich jetzt mittlerweile schon zwei Platten So wie es ausschaut Unser Auto raucht Obwohl Rauchen verboten ist Ja Keine Ahnung was da wieder schief gegangen ist Und weiter gehts auch Wir haben hier eine schöne Sprungschanze Ups Ein bisschen verfehlt Ich glaube unser Kühler ist kaputt so wie es zischt Mal schauen So jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe Und dann kommt schon der nächste Streifenwagen Sie rahmen uns ohne Ende Kommt Fahr da durch, fahr da durch Schaffen wir noch Schaffen wir noch Wenn wir vorwärts nicht den Berg hoch kommen Dann müssen wir kurz mal einen Rückwärtsgang reinhauen So Rückwärtsgang ist auf jeden Fall immer sehr effektiv einen Berg hoch zu kommen Falls man anders nicht hochkommt Und weiter gehts Und weiter gehts Und weiter gehts Braucht immer ein wenig mit dem Gas Möcht nicht wissen was bei uns schon alles kaputt ist hier am Auto Und wir fahren weiter Weiter gehts hier Ich weiß ja nicht mal ob ich hier irgendwie ein anderes Auto hier mal kurz mal ausborgen könnte Wir fahren mit 120 Sachen hier in die Kurve rein Oh Oh Den nächsten Auto genau vorne drauf Es wird immer langsamer unser Auto Ach komm 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 steig raus Schnapp mal sich doch Komm Pack mir deine Auto aus Jawoll Sehr schön Nett auf mich schießen Nicht auf mich schießen Ich hab euch gar nichts gemacht Weiter gehts Scheint ein sehr starker Mann zu sein meiner Der ist wieder 20 Millionen Dollar man Ist jetzt aber mal ein vernünftiges Auto Aber der kühle ist schon wieder ein wenig kaputt Ruppe geht Sehr schön Lässt sich ja lenken wir rasen mir das Ding hier So Oh Nein da wollte ich doch gar nicht rein Komm Fahr 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 Hau ab Die wollen Die wollen mir das Auto klauen So mal ein bisschen hier ins Grüne fahren Macht viel Spaß Denken wir es fürs Auge Nicht bloß immer Beton Das heißt auch immer Geht mal raus ins Grüne Da sind wir Sooo Die Pulitzer ist neben uns Die Fälke Eigentlich Ja jetzt hab ich einen Bauch Entschuldigung Entschuldigung Keine Angst liebe Zuschauer Keine Angst Den ist nichts passiert Den ist nichts passiert Aber unser Auto ist wieder kaputt Komm Raus hier Lauf Lauf Ich brauche ne Kappe Ich brauche ne Kappe Ich brauche ne Kappe Ich brauche ne Kappe Gibt es da irgendwas für mich Was ich so auf die Schnellen mal kurz ausleihen könnt Da ist ne Verkehrsinsel Den Bus Können wir eigentlich wenn Ja das ist klar Dankeschön Vom Taxi überfahren Das gibt es ja net Sind wir so weit gekommen und dann dübelt unser Taxi um Ja 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 Das gibt es nicht Also danke fürs Reinschauen Euer Rayman Deluxe Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt hier Fahrer Flucht durch London Machts gut Komm multi Game Dich Die Konto Dich 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 Dich